Schüpfel, Trommelstraße, Karin, Personalabteilung. Angenehm. Wir müssen Bochum flott kriegen. In zwei Wochen steht das Anfindungsprogramm. Sie haben die Chance, ihr Werk zu retten und weiterzukommen. Du hast ja keine Ahnung, wie sich das anfühlt in einem, der seine Arbeit verliert. Mein Vater. Übernacht mal eben zwei Gehaltsklassen, naja. Jetzt müssen eine andere sich lange für durch ihr Betten schlafen. Tina. Faires Spiel? Wir wollen keine Abfindung. Wir wollen unsere Arbeit behalten. Werksmannschaften stimmen gegen Abfindungsprogramm. Seid ihr dabei? Hoi! Durchvögeln. Wer fängt an? Ich. Ich mach da mal weiter. Ich arbeite hier seit 23 Jahren. Die Berla ist mein Leben. Aber ich krieg die Wut nicht los. Ich krieg die einfach nicht mehr los. Hier steckt die Verdammtermann. Auf, mach es so noch schlimmer. Ich hab ihn. Ich weiß nicht, Willi. Ich seh nicht. Macht, was ihr wollt, Jungs. Ich geh bald in Rente. Hey, we don't let us gegeneinander ausspielen, okay? Whatever comes, we stay sported. What? Das ist gut gut. Ich lerne. Ich Jerusalem.